Ich habe einen neuen Badeanzug gekauft, also sie war ganz heiß darauf und plötzlich sagt... Wer hat's gesehen? Wenn die Typen im Hintergrund einfach interessanter sind als die Szene! Und ich bin auch als erstes da. In deinen Träumen! Till läuft im Wettrennen ohne Probleme vorwärts. Ja, ich sehe, er macht das ohne Probleme. Till läuft im Wettrennen ohne Probleme vorwärts. Du drehst, umso weiter kommst du auch nach hinten in die Vergangenheit oder so weiter nach vorne in die Zukunft. Er wollte den Mittelfinger zeigen, aber dachte sich wahrscheinlich... Oh shit, Kameras, lieber nicht. Und dann sind Bruder und Schwester im Zimmer, das ist so... Und die Familienhelferin kommt rein. Guck mal, ich habe mir dein Handy mitgebracht. Oh ja, weil ich das brauche. Das hast du ja unten gelassen. Ich dachte, vielleicht zeigst du mir mal eins von den Filmchen, die du da so drehst. Würde mich ja mal total interessieren. Sag mal, Oskar, würdest du uns mal einen Augenblick allein lassen? Ich wollte mich mit der Sarah mal ein bisschen unterhalten. Kann ich nicht noch ein bisschen klein? Wieso kommt mir das so falsch vor? Vielleicht zeigst du mir mal eins von den Filmchen, die du da so drehst. Kann ich nicht noch ein bisschen klein? Kann ich noch ein bisschen klein? Kann ich noch ein bisschen klein? . Untertitelung des ZDF, 2020